Ich fange einfach mal an. Das kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal ein Rechenzentrum von innen gesehen hat und sich zumindest die Rechner angeguckt hat, die in so einem Rechenzentrum stehen. Am besten läuft das Ganze eigentlich immer dann, wenn gerade nichts los ist. Das heißt also, wenn keine Kunden auf meinen Rechner zugreifen, wenn eventuell keine Applikationen laufen, die Rechner ausmacht, dann habe ich sie da stehen, brauche dann immer Strom für Kühlung und für den Betrieb. So ungefähr so, als wenn der Wirt sagen würde, naja, am wenigsten Stress in der Kneipe habe ich dann, wenn keine Gäste da sind oder nur zwei, drei Leute bei mir am Tresen sitzen. Es ist halt bloß nicht so wahnsinnig sinnvoll. Jetzt ist es allerdings so, gerade in der Systemadministration oder im Operations-Bereich ist es immer so ein bisschen schwierig zu sehen, was ist denn eigentlich der Kunde und was ist denn eigentlich mein Produkt. Wir haben deswegen vor ungefähr anderthalb Jahren angefangen, das Ganze mal in der Abteilung bei uns auch transparent zu machen. Das heißt, wir haben es gemacht wie die ganzen Development-Teams bei uns. So ein Entwicklungsteam hat halt jemanden, der sich um das Produkt kümmert, der genau weiß, was will der Kunde, der mit dem Kunden spricht, der dann zu den Teams geht und sagt, der Kunde möchte gerne das und das Feature haben, bitte baut das ein. Und so ein Team begleitet auch diesen ganzen Prozess. Da ist es eigentlich völlig normal. Und wenn wir jetzt sagen, vielleicht als Ergänzung zum Talk von Chris gerade, wenn wir sagen, wir machen jetzt DevOps, sollte sich eventuell DevOps nicht nur Sachen aus dem Operations-Bereich angucken und Sachen aneignen die Operations so macht, sondern andersrum kann man auch relativ viel lernen. Da gibt es relativ viele Bilder davon. Also was denken eigentlich andere davon, was ich mache? Also was denken die Entwickler? Die denken wahrscheinlich, ich bin Waldbrand-Austreter. Meine Mutter denkt sich so, naja, der macht was mit Computern. Habe ich keine Ahnung von, aber ist bestimmt relativ kompliziert. Irgendwas mache ich wahrscheinlich auch. Die große Frage ist halt irgendwie, wie sieht es eigentlich der Teil der Leute, für die ich das mache? Und das fehlt bei diesen ganzen Ansichten, die man so im Netz findet und auch bei diesen ganzen Eigenansichten von was ist eigentlich mein Job als Sys-Litman normalerweise ein bisschen. Anderen Berufen sieht es ein bisschen anders aus. Da ist irgendwie so mit einer der ersten Fragen irgendwie, wie sehen eigentlich meine Kunden mich? Und ob das jetzt positiv ist oder ob das jetzt irgendwie negativ ist, wie meine Kunden mich sehen, sei dahingestellt. Natürlich versucht man irgendwie seinen Kunden gegenüber einen möglichst positiven Eindruck zu hinterlassen. Aber man kümmert sich halt darum, so neben dem, was ich wirklich mache und was meine Freunde denken, was ich mache, so was machen eigentlich, was denken eigentlich diese Leute von mir, für die ich das Ganze überhaupt mache? Das ist die Frage natürlich bei uns, wer ist denn eigentlich mein Kunde und wie sieht denn mein Kunde überhaupt aus? Kunde ist natürlich König. Vielleicht nicht ganz, es ist etwas vermessen. Auf der anderen Seite ist der Kunde natürlich derjenige, der mich beauftragt. Derjenige, der sagt so, okay, ich hätte gerne das und das und ich mache dafür so und so viel Geld frei. Und dieses Geld könnt ihr haben oder diese Zeit könnt ihr haben, um das Produkt, was ich ganz gerne haben möchte, herzustellen. Man kann natürlich auch sagen, ich arbeite ohne irgendwelche Kunden oder ich arbeite ohne irgendwelche Produkte und gucke halt, was dann passiert. Kunde ist normalerweise auch ein Partner. Kunde ist jemand, der mich kennt und der mich beauftragt, weil er davon ausgeht, dass ich genau das, was er braucht, machen kann. Dass ich seine Wünsche erfüllen kann und dass ich das auch machen werde. Wie gesagt, auch wenn wir in der internen IT arbeiten und das Geld jetzt nicht von jemandem von außen kommt, weil die interne IT in großen Firmen normalerweise keinen direkten Kundenkontakt hat, irgendwoher kommt dieses Geld halt. Und das wird nicht in der Firma normalerweise selber generiert. Und in so einer Partnerschaft entsteht normalerweise dann ein Produkt. Da kommt es jetzt auch nicht darauf an, irgendwie von wo ich ausgehe, welches Entwicklungsmodell ich mir bevorzuge, also ob ich jetzt irgendwie hinsetze und Pflichtenheft, Lastenheft, schöne Wasserfallprinzip mache und nach zwei Jahren irgendwo mit fertig bin oder ob ich sage, ich arbeite jetzt lieber agil, ich mache DevOps, ich mache kann man. Irgendwo am Ende kommt immer was bei raus, was irgendjemand haben möchte und was irgendjemand benötigt. Und das ist manchmal mehr oder manchmal weniger komplex. Die Frage natürlich, wie müssen wir mit diesem Kunden zusammenarbeiten? Das ist ganz niedlich, das war früher mal so, gibt es Legenden im Netz vom Bastard Operator von Hell. Das ist, glaube ich, ein Mindset, was so seit 2000, 2001 eigentlich raus sein sollte. Das war bestimmt mal ganz lustig irgendwie, als es an dem einzigen Internet, was es gab für Studenten, zum Beispiel an den Unis war oder Leute halt irgendwie, wenn sie das Internet wollten, in Bibliotheken gehen mussten, um dort halt ins Netz zu gehen. Mittlerweile hat halt jeder Netz zu Hause. Das heißt, also ich brauche niemanden mehr, der mir hilft, ins Netz zu kommen. Von daher hat auch niemand mehr irgendwie quasi die Macht zu sagen, naja, wenn du ins Netz kommen willst, dann musst du dich halt dem beugen, was ich haben möchte irgendwie und bring mir bitte Schokolade mit oder Kekse, die ich vorhin gesehen habe. Und zwar gibt es das noch auf irgendwelchen kleinen Inseln im Eismeer, wo es halt tatsächlich nicht für jeden Internet Zugriff gibt. Aber heute sieht es halt alles doch ziemlich anders aus. Ich werde mich auf zwei Fälle beschränken. Das eine ist der Freelancer. Das ist übrigens Hibster Central in Berlin. Hoppala, das ist das St. Oberholz, das vorhin mal erwähnt worden ist. Also wer mal mehr Macs als in den Mac Store sehen sollte, dahin gehen zu jeder beliebigen Tages- und Nachtzeit. Freelancer sind Mitarbeiter in Projekten. Freelancer werden von Kunden für bestimmte Sachen gebucht. Sie werden mehr oder weniger temporär beauftragt. Bloß wofür? Also was ist das, was das Produkt dieses Freelancers ist? Das ist natürlich einmal das Wissen, was sie haben. Nein gut, Wissen ist kein Produkt. Wissen ist ein Asset, das man hat. Aber Wissen ist das, was ich einem Kunden irgendwie erklären kann, wo ich sagen kann, wenn du da und da in dem und dem Bereich Probleme hast, dann bin ich jemand, der diese Probleme lösen kann, weil ich das schon mal gemacht habe, weil ich das Wissen dazu habe, weil ich weiß, wie es funktioniert. Und der Kunde entscheidet sich auch anhand dessen eventuell, Entschuldigung, genau mit diesem Freelancer ein Projekt zu machen oder zusammen ein Produkt zu entwickeln. Das heißt, der Kunde kauft sich das Wissen ein, das er in der Firma gerade nicht hat und nutzt dazu diesen Freelancer. Und wahrscheinlich sucht der Kunde auch speziell nach diesem Wissen. Das heißt, ich kann sagen, ich tue mal so, als ob das Wissen mein Produkt wäre irgendwie und verkaufe das direkt. Oder ich kann mich spezialisieren. Da kommen wir wahrscheinlich schon eher in Richtung Produkt rein. Das heißt, wenn ich irgendwann mal mich bekannt genug gemacht habe und irgendjemand weiß so, der Mensch kann Backup, der Mensch hat dort und dort mal Backup-Lösungen aufgesetzt, der kennt sich in großen Storage-Umgebungen an, weiß, wie das da funktioniert. Oder ich gehe hin und sage, okay, ich weiß, was an Backup fehlt in kleinen Firmen. Dann kann ich wahrscheinlich daraus selber als Freelancer auch ein Produkt entwickeln und in kleinen Firmen sagen, wenn ihr Backup braucht, ich habe da was. Das ist tatsächlich Plug and Play. Das heißt, ich verkaufe als Freelancer ein Produkt an Firmen. Eventuell schlüsselfertig, eventuell noch mit ein bisschen mehr Arbeit. Und was relativ häufig passiert, ist, dass der Freelancer so als Produkt seine Arbeitszeit, seine Arbeitskraft verkauft. Das heißt, hier unterstützen wir Firmen dabei bei Projekten, wo gerade temporäre Arbeitskräfte fehlen, wo eventuell wegen Krankheit, wegen Urlaub oder wegen allgemeiner Kündigungswelle Arbeitskräfte ausgefallen sind, die momentan benötigt werden. Und da so ein Recruitment-Prozess natürlich auch relativ lange dauern kann, brauche ich jemanden, der kurzfristig mit seinem Wissen aushilft. Firmeninterne IT. Ja, ich kenne Bereiche Firmeninterne IT, wo genau dieses, so haben Sie mal probiert, das auszuschalten und wieder einzuschalten, natürlich noch gefragt ist. Das ist halt der Bereich der IT, der sich um die Desktops kümmert zum Beispiel. Der fragt, so kamen Sie, haben Sie mal nachgeguckt, ob ein Drucker Papier noch drin liegt. Das Feld sollte man aber eventuell bei ausklammern. Der Rest Firmeninterne IT wird sich gerade sehr stark ändern. Das heißt, es geht momentan nicht mehr darum, das Telefon zu beantworten, wenn irgendwas kaputt ist, sondern eigentlich geht es darum, dass ich meine IT-Landschaft so baue, dass das Telefon nicht mehr klingelt. Sprich, ich kümmere mich darum, dass ich halt versuche, eine IT-Landschaft hinzustellen, die so ausfallsicher ist oder selbstheilend ist, dass genau das nicht mehr passiert. Das heißt, es schifftet sich von den Leuten, die auf irgend, es ändert sich gerade von Leuten, die auf irgendetwas reagieren, auf Leute, die proaktiv daran arbeiten, dass sie genau darauf nicht mehr reagieren müssen. Und wenn man mit Leuten aus der Firmeninternen IT spricht oder mit Leuten, die halt in großen Webfirmen arbeiten, sagen sehr viele Leute so, das ist mein Produkt, genau das hier. Also, das ist mein Rechenzentrum, da läuft alles drin, was wir benötigen, damit unsere Firma funktioniert. Da laufen alle unsere Sachen drauf, die wir brauchen, um die Webseiten auszuliefern, um irgendwelche Buchungen zu ermöglichen. Und wenn man davon ausgeht, dann kann man so im mittlerweile klassischen agilen Styler sagen, okay, daraus kann ich eventuell eine Produktvision entwickeln. Habe ich dann auch gemacht so vor anderthalb Jahren. Ja, ich habe auch was mit dem Text drauf. Entschuldigung. Dass wir halt zusammen mit unseren Produktteams eine resiliente, einfach nutzbare Plattform betreiben, damit wir unsere Produkte, sprich das, was die Entwicklerteams machen, im Safe Service dann entwickeln und stabil hosten können. Klingt erstmal total gut, weil wer macht das? Wir, meine Abteilung, zusammen mit den Leuten, die die Plattform hinterher nutzen. Wir machen DevOps. Das heißt, wir machen zusammen mit den Teams, die die Applikationen erstellen, die hinterher das Geld reinbringen. Und was machen wir? Wir erstellen und betreiben eine resiliente, einfach nutzbare Plattform. Das ist, glaube ich, relativ klar. Ich habe da irgendwo einen Abschluss drin. Ich habe es relativ klar eingegrenzt, was unser Produkt ist. Und wir machen es halt irgendwie, was ist der Business Value dahinter? Wir machen es halt für unsere Kunden. Unsere Kunden sind in der internen IT, sind die Teams, die ihrerseits Kunden haben, die das Geld reinbringen. Das heißt, wir stellen irgendwas zur Verfügung, dass sie im Safe Service nutzen können. Das heißt, sie können es schnell und einfach nutzen, um ihre Produkte und das, was sie brauchen, auf die Beine zu stellen. Wir versprechen ihnen Resilienz und stabiles Hosting. Das ist ein Versprechen, das sie dann weitergeben können an ihre Kunden. Das heißt, sie können ihren Kunden sagen, hoppala. Das heißt, sie können ihren Kunden sagen, naja, wenn du bei uns was einkaufst, das Produkt, was wir dir verkaufen, ist halt stabil. Wir haben keine Ausfälle. Und der Business Value, den wir halt als interne IT oder als Operations-Infrastruktur davon haben, ist, dass wir sagen können, unsere Teams können ihre Kunden zufriedenstellen, das Geld kommt rein. Ist natürlich furchtbarer Mumpitz. Also, sieht total schön aus, liest sich total gut, haben auch mehrere Leute mit drangesessen. Aber allein schon, dass hier steht, die Plattform. Die Plattform ist das, was wir gerade gesehen haben, das mit den fehlenden Kabeln, das hat alles kein Anfang und kein Ende. Das heißt also, das läuft einfach und alles, was ich an dieser Plattform mache, ist natürlich dann relevant für das Produkt. Produkt. Aber ich kann halt nicht sagen, ich priorisiere jetzt genau diesen Bereich, dieses ganzen Großen, weil mir das gerade wichtig ist, weil niemand den wirklichen Überblick hat, was ist denn eigentlich, was sind denn die Einzelteile davon? Und welches Stück Arbeit jetzt, ich jetzt da reinstecke, hat genau welchen Effekt? Also, das ist eigentlich eher so ein Plan dafür, wir machen genauso weiter, wie wir es vorher gemacht haben. Wir haben es bewusst schon da genannt, wir haben es beschrieben, wir haben unsere Kunden irgendwie rausgefunden, wir haben rausgefunden, welchen Wert das Ganze für uns hat, aber ansonsten machen wir weiter, wie gehabt. Und ja, so ein Rechenzentrum ist komplex und so ein Rechenzentrum ist relativ viel los und es sind auch sehr, sehr viele Sachen miteinander verzahnt. Stellt sich halt die Frage, wie kommen wir jetzt aus diesem ganzen großen Wust tatsächlich zum Produkt? Praktisches Beispiel. Wir haben hier etwas, was sehr komplex ist, was vorne irgendwo einen Input hat, wo hinten was bei rauskommt, was ich irgendwie mal nutzen kann. In dem Fall ist es halt, wenn ich den Löffel bewege, irgendwie wird tatsächlich gleichzeitig mein Gesicht abgewischt, weil ich gekleckert habe. Und so ungefähr sieht es in vielen Rechenzentren, glaube ich, auch aus. Wenn ich am einen Teil irgendwo ziehe, passiert ganz woanders was, damit hinten was rauskommt. Und wenn wir es genauer angucken, sieht man, dass wir zwischen diesen einzelnen Teilen im Rechenzentrum wahrscheinlich Abhängigkeiten haben und dass wir zwischen den einzelnen Teilen im Rechenzentrum auch Schnittstellen haben. Und wenn wir diese Schnittstellen und die Abhängigkeiten kennen, dann können wir tatsächlich anfangen, so ein bisschen dann rumzuschneiden an diesem Rechenzentrum. Wir haben einfach mal willkürlich einen Arbeitsschritt rausgegriffen. Wir haben diesen einen Löffel hier und der Löffel wird bewegt und wirft diesen Keks nach oben. Das ist tatsächlich ein einfacher Arbeitsschritt, wenn man sich den alleine anguckt, ergibt das nicht so wahnsinnig viel Sinn. Aber er gehört halt zu dieser großen Maschine dazu, die wir da betreiben. Mal genauer hingucken, haben wir hier eine Schnittstelle. Das heißt, der Löffel bewegt sich in dem Moment, wenn irgendjemand an dieser Schnur zieht. Das heißt, dann geht die Schale von dem Löffel nach oben und wirft diesen Keks nach oben. Das heißt, das können wir uns merken, wir wissen, von außen kommt ein Zug und dann passiert genau folgendes, der Löffel bewegt sich, der Keks fliegt nach oben. Hier haben wir eine Abhängigkeit. Ich gehe mal davon aus, oder ich muss es beobachten wahrscheinlich, aber ich gehe mal davon aus, dass dieser Papagei dazu da ist, irgendwie diesen Keks zu schnappen und dann passiert irgendetwas anderes. Das heißt, ich muss, wenn ich dieses Stück implementiere, habe ich als Abhängigkeit, dass ich darauf achten muss, dass ein Zug am Löffel dazu führt, dass dieser Keks weit hoch genug geworfen wird und nicht irgendwo viel zu hoch geworfen wird oder auf der Mitte verreckt. Wenn wir uns den Papageien jetzt anschauen, das ist wahrscheinlich wieder eine Schnittstelle in ein anderes Produkt rein, aber da kann sich irgendwann mal ein anderes Team drum kümmern. Wir versuchen erstmal das so zu bauen, dass halt dieser Löffel gezogen wird und der Keks hoch genug fliegt. Das heißt, wir haben hier ein relativ abgeschlossenes Produkt. Wir wissen, was passieren muss. Wir wissen, was der Input ist. Wir wissen, was das Outcome sein muss und was mit den Papageien passiert, wie der implementiert ist und was passiert, wenn er diesen Keks gefangen hat. Das ist uns erstmal egal. Wir haben unsere Abhängigkeiten definiert. Ein paar Randbedingungen haben wir noch. Wir müssen natürlich wissen, wie die Schnittstelle aussieht, wie stark ist der Zug an dem Löffel. Da könnte ein Gorilla hintersetzen, da könnte irgendwie ein Mensch hintersetzen, da könnte auch irgendwas Kleineres hintersetzen. Und wir müssen halt gucken, dass wir da ein bisschen drauf achten. Das heißt, unser minimales Produkt gerade ist, jemand zieht an der Schnur, der Löffel bewegt sich, der Keks fliegt nach oben auf eine bestimmte Höhe. Ob wir jetzt einen Holzlöffel, Silberlöffel nehmen, ist glaube ich für das kleine Produkt erstmal egal. Das ist hinterher eventuell, wenn der Kunde sagt, naja, Holz sieht aber besser aus, noch richtig. Und auch das Material, der Schnur und wahrscheinlich auch die Kekssorte sind erstmal völlig wurscht. wenn wir ins Rechenzentrum reingucken, können wir eventuell mal ein bisschen hinter die Kabel gucken, wir schneiden uns ein Stück raus, was wir uns mal näher ansehen wollen, eventuell können wir daraus ein Produkt machen. Genau, DNS. DNS hat jeder, DNS braucht wahrscheinlich auch jeder und eventuell sollte ich dafür sorgen, dass das ein Stück Software ist, was tatsächlich isoliert betrachtet werden kann, isoliert wartbar ist. Das heißt, gucken wir einfach mal, ob wir aus DNS ein eigenes Produkt machen können. Jetzt relativ klein gedacht, ich denke jetzt nicht an große Rechenzentren irgendwie, wo das vielleicht noch ein bisschen wichtiger drin ist. Die Schnittstellen sind bekannt und wir müssen jetzt nur mal gucken, haben wir Abhängigkeiten und Anforderungen. Schnittstelle ist, jemand fragt auf Port 53 an und hat irgendwie einen Host-Namen und was DNS macht, ist, es guckt halt, ob es zu diesem Host-Namen eine IP-Adresse gibt und gibt diese IP-Adresse zurück. Oder halt umgekehrt, ich habe halt nur eine IP-Adresse, schmeiße die ins System rein und bekomme dann einen Host-Namen zurück, der zu dieser Adresse dazugehört. Ist ein bisschen komplexer, klar, aber das sollte vielleicht erstmal reichen als Schnittstelle. Wir müssen hier Gott sei Dank auch die Software nicht selber schreiben, sondern nur konfigurieren, installieren und warten. Das heißt, Produkt sieht momentan, also die Produktbeschreibung sieht momentan so aus, es antwortet auf Port 53 auf bestimmte Anfragen. Es gibt halt genau auf diese Anfragen hin die Antworten, wie heißt der Host oder welche Adresse oder wie heißt der Host, der zu dieser Adresse gehört oder welche Adresse hat halt der Host mit diesem Namen. Ich gehe davon aus, dass wir es ausfallsicher haben sollen. Meine Entwickler haben noch eine kleine Anforderung reingebracht, als ich Ihnen das vorgestellt habe, wie ich es machen möchte. Das heißt, die Entwickler möchten dafür sorgen, dass sie irgendetwas haben, wenn sie eine neue Funktionalität ins Rechenzentrum reinbringen, wenn sie neue Features entwickeln, ein neues Produkt einbringen, und dass sie halt diesen Hostnamen oder diesen Typ irgendwo eintragen können und die sofort im DNS verfügbar sind. Und weiterhin möchten sie so haben, dass sie halt, wenn sie irgendwie IMAP einrichten, ach, das habe ich auf der Folie vergessen, na gut, wenn sie IMAP einrichten, dass sie halt eine, auch einen Hostnamen IMAP-Punkt irgendwas haben, der halt round-robin auf genau diese Rechner auflöst, so sie verfügbar sind. Das heißt, es ist relativ klein, es ist relativ lösbar. So Kleinigkeiten wie Konfigurationsmanagement oder Alarming, Monitoring, das sind eigene Produkte im Rechenzentrum, also würde ich tatsächlich auch als Produkte irgendwie betrachten, deswegen lassen wir es hier raus und ich denke, dass das einfach dazugehört und dass es Standard ist. Das heißt, wenn wir dieses Produkt definiert haben und dieses Produkt implementiert haben, dann haben wir etwas, wo wir genau wissen, wo es anfängt, wir haben etwas, wo wir genau wissen, wo es aufhört, wir wissen, was es kann, wir wissen, was die Anforderungen daran waren, warum wir es so gebaut haben, es gibt Dokumentationen dazu und wir wissen, dass wir es halt einfach warten können. Das heißt, wir können es erweitern. Auf diesem Produkt aufbauen, können dann andere Teams zum Beispiel einen DHCP-Server aufsetzen oder irgendwelche Auto-Installer bauen oder wofür sie halt auch immer DNS brauchen. Und wenn man das einmal komplett durchzieht, was bei großen Rechenzentren relativ lange dauert und wo man halt wahrscheinlich auch anfangen muss, die Produkte erstmal gröber zu schneiden und dann ins Feindere reinzukommen, dann hat man ein relativ aufgeräumtes Rechenzentrum, softwareseitig. So hardwareseitig ist dann wahrscheinlich irgendwas für die Leute, die man damit beauftragt, sich um das Rechenzentrum zu kümmern. Wer ist der Kunde dafür? Wir hatten jetzt hier die Entwickler, die gesagt haben, wir hätten ganz gerne, wenn wir DNS machen, dass diese Host-Namen zu neuen Produkten automatisch generiert werden. Bei anderen, wir brauchen Auto-Installer, wahrscheinlich die Leute, die Betriebssysteme installieren oder die Automation, für die Automation. Also bei anderen Sachen ist man wahrscheinlich manchmal selber sein Kunde. ist in der Kneipe schon sehr schlecht, wenn der Wirt sein eigener Kunde ist, ist in der IT normalerweise auch nicht so wahnsinnig toll, wenn man sagt, okay, wir machen das halt, damit wir unsere Bedürfnisse befriedigen können, damit unsere Sachen funktionieren, aber es lässt sich manchmal nicht vermeiden. Aber es ist halt sehr häufig dafür, dass halt tatsächlich Entwickler kommen und neue Features brauchen, ohne die sie halt ihre Produkte nicht machen können. Was noch fehlt und was ich eigentlich noch als viel wichtiger finde oder genauso wichtig finde, wie irgendwie wir schneiden es nach Produkten, zu wem gehört denn so ein Produkt eigentlich? Also wir müssen Leute finden, die sagen, okay, wir sind verantwortlich dafür, das heißt, wir haben zum Beispiel ein System Engineering Team, was sagt, na gut, DNS Netzwerk gehört uns irgendwie, deswegen gibt es drei, vier Leute bei uns, die genau dieses Produkt entwickelt haben, die sich darum kümmern, die halt dafür sorgen, dass dieses Produkt betriebsfertig ist oder sie machen stellenweise den Betrieb dafür oder sie instruieren halt Operations so weit, dass Operations das selber machen kann. sie sorgen dafür, dass es einfach erweiterbar ist, sie erweitern es auch, wenn neue Kundenanfragen reinkommen oder wenn neue Anforderungen entstehen, machen Dokumentation und sie machen auch Support dafür. Wo man sich auch definitiv kümmern muss, ist Lifecycle, weil Software veraltet tatsächlich stellenweise schneller, als man gucken kann. Das heißt, man sollte sich beim Produkt irgendwie über den Lebenszyklus dieses Produktes in vorne rein klar sein, das heißt, man weiß, man macht es für die nächsten drei Jahre, da muss man eh was anderes machen und wenn das nicht möglich ist, dann sollte man halt sagen, okay, wir gucken uns dieses Produkt jedes Jahr einmal an, stellen es auf den Prüfstand und fragen uns, ist das noch aktuell? Entspricht es noch den Anforderungen, für die es gebaut worden ist? Habe ich mittlerweile eventuell Anforderungen, die über das hinausgehen? Das heißt, muss ich mich da dran setzen? Müssen wir es ersetzen, weil eventuell die Software mehr State of the Art ist oder weil wir mittlerweile etwas ganz anders machen wollen, als wir es früher gemacht haben? Oder müssen wir es eventuell erweitern? Und auch eine sehr wichtige Frage, sind die Leute, denen es gehört, auch nur aktiv? Weil es gibt nichts Schlimmeres als irgendwelche Produkte, wo die Leute, die es früher mal gemacht haben, nicht mehr in der Firma sind, in anderen Abteilungen sind oder nicht mehr aktiv sind. Das heißt, dass man sich nicht mehr dazubekommt, diese Software noch zu erweitern. Was dann sehr oft passiert, und das merkt man am meisten in der Systemorganisation, es gibt irgendein Produkt, das irgendjemand mal gebaut hat, und wenn man dann fragt, wer kann es denn erweitern, wer kann es denn jetzt betreiben, wer kann es denn jetzt pflegen, bleibt es normalerweise genau in der Abteilung hängen, die gefragt hat, nämlich Systemadministration. Das heißt, man erbt halt tatsächlich irgendwelche Software, die nicht mehr gebaut wird, die aber tatsächlich irgendwo noch unten in der Firma gebraucht wird. Das ist also eine Sache, auf die man tatsächlich wirklich sehr, sehr stark achten sollte, irgendwie sind die Leute, die es gebaut haben, noch da, und wenn jemand geht oder wenn mehrere Leute gehen aus diesem Produktteam, wer kann sie ersetzen? Das heißt, ich muss gucken, ob bei den Leuten, die mir zur Verfügung stehen, dass ich da Leute finde, die genau diese Arbeit mit übernehmen können, wenn dieses Produkt noch gebraucht wird. Wenn ich vorher feststelle, dieses Produkt ist eh veraltet, ich brauche es nicht mehr, dann muss ich da natürlich auch nicht mehr nachgucken, das ist klar. Und ausreden, wie dieses Produkt läuft komplett wartungsfrei, ne, gilt nicht, weil irgendwann geht es halt doch mal kaputt und dann ist es mit der lebenslangen Garantie, weil jemand sagt so, ja, aber es ist ja tot, deswegen gibt es auch keine Garantie mehr drauf. Weil irgendjemand in der Firma muss sich halt noch erinnern, wie Chris auch vorhin sagte, wie man etwas, was kaputt gegangen ist, auch wieder fixen kann. Weil wenn niemand mehr weiß, wie man es fixen kann, dann sollte man ganz schnell dafür sorgen, dass wieder irgendetwas entsteht, was von irgendjemandem gewartet werden kann, damit es gefixt werden kann. Was viele Firmen machen, sind für nicht so ganz relevante Produkte Communities oder irgendwelche Gildengründen. Das heißt, wenn irgendjemand, wenn irgendein Firma zum Beispiel ein Jira laufen hat, dann gibt es irgendwo eine Jira-Gilde, die sich darum kümmert, dass die Jira-Server laufen, dass Erweiterungen eingepflegt werden und dass eventuell neue Updates gemacht werden, wenn neue Versionen da sind. Das funktioniert leider auch nur genau so lange, wie die Leute, die sich dafür interessieren in der Firma sind und Zeit dafür haben. Das heißt, sie sagen, das ist ein Community-Projekt, das macht schon irgendjemand, weil es genug Leute gibt, die Interesse daran haben, dann bitte dafür sorgen, dass diese Leute auch die Zeit dazu haben, dieses Interesse zu haben und bitte gucken, ob tatsächlich genügend interessierte Leute da sind. Weil das ist eigentlich kein Ersatz für wir gucken, dass es halt einer Abteilung zugeordnete Produkt ist, an dem gerade gearbeitet wird. Das heißt, wenn man das mal gemacht hat und sein Rechenzentrum durchgegangen ist, dann hat man für die ganzen einzelnen Funktionen, von denen man weiß, dass man sie braucht, hat man relativ klar abgegrenzte Produkte. Man hat einen ganz, ganz großen Gewinn dadurch, dass man sagt, okay, ich weiß, wie das Lifecycle-Management aussieht oder ich setze mich halt wirklich einmal im Jahr hin, gehe alles durch, von dem ich weiß, dass es im Rechenzentrum läuft und frage mich, braucht das noch irgendjemand? Wer braucht denn das? Wer war denn damals Anforderer? Gibt es diese Produkte überhaupt noch? Oder gibt es die Anforderer, die das damals haben wollten, überhaupt noch? Wir haben wohldefinierte Ansprechpartner, was relativ wichtig ist, wenn halt irgendein Entwicklerteam sagt, wir müssten mal eine Änderung am DNS haben, müssen sie nicht, also wir müssen dieses Produkt DNS mal ändern, weil wir halt irgendeine Anforderungen daran haben, müssen sie halt nicht durchgehen und irgendjemanden suchen, der es kann, sondern sie wissen genau, welches Team ist es. Wir haben leicht erwartbare Module, weil wir uns tatsächlich vorher mal hingesetzt haben und gesagt haben, okay, wir wissen jetzt relativ klar, wo bei uns die Schnittstellen sind, wir wissen ganz relativ klar, wo Abhängigkeiten zwischen einzelnen Dingen sind, wir wissen, wer die Produkte nutzt, weil das sind normalerweise die, die es angefordert haben, also zumindest sind es die, an die ich mich als erstes wenden muss, wenn ich merke, ich habe mit meinem Produkt ein paar Probleme. Ich habe mehr Zeit für die wichtigen Sachen, weil wenn ich so ein kleines Produkt irgendwo habe, weiß ich auch ganz genau, wo ich nachgucken muss, wenn es mal irgendwann hakt. Wenn ich mich jedes Mal erst durch die komplette Plattform durchfräsen muss, um zu gucken, wo hakt es denn gerade, was ist denn gerade kaputt gegangen, fehlt mir halt natürlich diese Zeit auch irgendwo anders. Ich kann nötige Arbeiten besser priorisieren, weil ich genau weiß, welches Team dafür zuständig ist. Das heißt, ich kann gucken, hat dieses Team gerade Zeit, was macht dieses Team gerade, woran sitzt es gerade, ist das, was sie gerade machen, genauso wichtig, wie das Fixen oder das Erweitern von einem anderen Produkt, für das sie verantwortlich sind. Was das Management ganz gerne mag, ist, man kann halt irgendwelche Business-Flatte auch mit da dranhängen an solche Produkte, was ich an dem Rechenzentrum nicht hängen kann. Ich kann im Rechenzentrum sagen, okay, das sorgt dafür, dass unsere Plattformen und unsere Kunden uns Geld zahlen. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, was da noch mehr dranhängt. Und ich kann tatsächlich irgendwie auch bessere Messgrößen an die einzelnen Produkte dranhängen, wenn ich genau weiß, was passiert. Die Frage ist halt, wenn ich mich umgucke in meinem Rechenzentrum, muss ich natürlich auch gucken, wie finde ich denn die Kunden dafür. Also ich habe schon mal gesagt, meistens ergibt sich das daraus, dass irgendjemand eine Anforderung hat, dass irgendetwas erweitert werden muss. Manchmal passiert es, dass ich sage, okay, das brauchen wir aus Eigenantrieb. Und man sollte sich aber seine Entwicklerteams relativ warm halten und auf die Entwicklerteams auch mal sehr aktiv zugehen, den Sachen, weil die haben tatsächlich Kunden von außen, die auch mal Anforderungen stellen, die nicht vom Entwicklerteam selber durchgeführt werden können, sondern dort kommen manchmal Anfragen, dort kommen auch das öfter in Anfragen rein, wo gesagt wird, okay, unser Kunde will das und das haben, wir können das und wir, wir können diesen bestimmten Bereich dazu machen, bloß ihr müsst halt bei euch im Rechenzentrum unten auch was ändern. Was man nicht machen sollte, ist zu sagen, okay, jetzt funktioniert es. Na toll. Wir refactoren das und sagen, das ist halt Produktentwicklung bei uns. Ich finde, Refactoring zählt nicht dazu, sondern Refactoring sollte, wenn dann nur passieren, wenn man gerade eh an diesen Dings dran sitzt, weil im Grunde was angefordert hat. Fragen? Dokumentiert ihr denn zum Beispiel diese Abhängigkeiten zwischen, also auch die Zuständigkeit, welchen Team jetzt für recht, weil da kommt ja eine Menge zusammen, ganz schwer. Momentan, wie gesagt, wir sind noch in diesem Prozess, wir schneiden es gerade auseinander. Was sich bei uns tatsächlich durchgesetzt hat und auch relativ sauber genutzt wird, ist ein Wiki. Also wir dokumentieren das tatsächlich anhand von irgendwelchen Diagrammen im Wiki. Wir haben für die einzelnen Bereiche, die wir im Rechenzentrum haben, auch eigene Bereiche im Wiki und dort finde ich halt die komplette Dokumentation dazu. Das heißt, ich habe irgendwo oben eine Übersichtskarte und dann halt daraus führen, so was haben wir eigentlich mit euch da rausgeschnitten. Gehört relativ viel Disziplin zu. Das heißt, sollte irgendjemand, wird sich ja wahrscheinlich auch verantwortlich dafür fühlen und wird sich dafür verantwortlich fühlen, halt genau dieses Auseinanderschneiden und dieses In-Produkte-Verpacken machen irgendwie und ich denke, das sollte dann auch der Mensch sein, der dafür sorgt, dass das da halt aufgeräumt ist. Kann man wahrscheinlich auch anders machen, aber ich denke mal, Wiki hat eh jeder mittlerweile für Dokumentationszwecke. Weitere Frage? Wenn nicht, lasse ich euch gerne an die frische Luft, weil ich glaube, hier drin ist gerade etwas. Das passt, das da ist ja keiner, das ist, das ist Führung, das ist ja keiner躁. Untertitelung des ZDF, 2020